Ein Hallo von mir, herzlich willkommen von eurem Charles. Ich begrüße euch zu einem neuen Video und zwar heute Frühstücken mit Charles. Ja, mal was anderes. Es ist jetzt 8 Uhr früh, ich stehe in Kalifa vor meiner Feierstation. Ich habe jetzt Schicht aus und die Jota und die Kinder holen mich jetzt ab, denn wir wollen frühstücken fahren. Wir haben noch Warchas für dieses Jahr, die laufen aus in ein paar Tagen, denn es ist der 31. bald. Heute ist der 26. und ja, da ich Weihnachten nicht zu Hause war, werden wir heute schön gechillt frühstücken gehen. Ja, und somit, da lade ich euch ein, kommt mit mir mit. Wir befinden uns jetzt in Kalifa und zwar Etihad Airways Plaza. Hier wohnen dann mal Suedessen, Piloten und so weiter. Und hier gibt es ein leckeres Lokal, nämlich den Muck & Beans und zu dem, ja da gehen wir jetzt rein. So, also wir sind jetzt bei Muck & Beans. Ja. So, was gibt es hier leckeres? Ähm, ja viel zu viel. Das heißt, der Charles, der wird sich jetzt einmal da durchlesen. Und, aber ich denke wahrscheinlich, ich werde irgendwo wieder bei famous Muck & Bean Breakfast landen, schätze ich mal. Aber wir schauen es uns mal an. Ja. 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 Langst du mir, der Familster Bunde merken mit am señora Sandburg laner, sch parar. Und ein 까ppucinos bitte. Und ein Neg напрok터�resse. Ein Incpp señal Да. Deswegen sie noch ein kleiner Apfel. Ja, ich will das her. Okay. S selfies course. Ich kenne mir einen Podcast mit dem estamos. Danke. Wie sieht das hier aus? Wie viel ist denn das? So, die Nathalie hat auch schon einen Drink bekommen. Was hast du da schönes? Ein Mixed Berry Joghurt. Ein Mixed Berry Joghurt. Was? Crush. Unglaublich. Sehr schön gesagt. So, das erste Essen ist schon mal da. Die Oda hat schon mal ihr Essen. Und die Victoria hat schon mal ihr Essen. Mein Essen kommt auch. Thank you. Thank you very much. Mein Essen ist da. Sehr lecker. Ah, wir haben schon alles jetzt. Fred, you can put here. Jetzt rein. Thank you. Passt das auch hin? Ja. Das passt. So, warte. So, die Nathalie hat jetzt auch schon ihr Essen bekommen. Was hast du da jetzt? Ach, so ein Joghurt oder so? Ja. Sehr schick. Ja, so sieht eben unser Frühstück jetzt aus in der Früh. Das heißt also, wir werden jetzt mal loslegen. Mal schauen, ob wir das alles schaffen werden. Aber ich freue mich da tierisch über mein Essen jetzt. Also, los geht's. Das war's mit Frühstücken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn das ein sehr kurzer Vlog war. Ich bin jetzt noch ein bisschen hier zu Fuß unterwegs. Die Family sitzt schon im Auto. Da geh ich gleich hin. Ich hoffe, der Vlog hat euch ein bisschen gefallen. Wollt euch eigentlich nur zeigen, wie das so ist mit Frühstücken gehen oder so, wenn man das nach der Schicht macht. Und ja, somit ich bedanke mich fürs Zugucken. Hört mich um Kommentare. Daumen nach oben natürlich freuen. Und somit ein Schüss von mir. Bis zum nächsten Mal.